Liebe österreichische Bischöfe, wir wissen, dass jetzt eine schwierige Zeit ist, aber wir haben eine Bitte, gebt uns die Heilige Messe zurück. Seit dieser Woche dürfen kleine Geschäfte wieder geöffnet sein. Essentielle Geschäfte waren während dieser ganzen Zeit geöffnet. Was könnte für uns essentieller sein als die Heilige Messe? Papst Franziskus sagt, die Kirche ist konkret und kann nicht virtuell bleiben. Wir wollen unsere Hirten unterstützen, wir stellen uns zur Verfügung. Wenn es ein Material liegt, bringen wir die Schutzmasken, das Desinfektionsmittel und die Schutzhandschuhe auf. Wir sind Türsteher und achten darauf, dass nie weniger als zwei Meter Abstand zwischen den Messbesuchern ist. Wir organisieren Dudellisten, in denen man sich für den Besuch der Heiligen Messe eintragen kann. Wir desinfizieren die Bänke nach jedem Gottesdienst. Wir machen die Kirchen sicherer als jeden Supermarkt. Wir schaffen das. Bitte gebt uns die Heilige Messe zurück. 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 Bitte gebt uns unsere Heilige Messe zurück. Bitte gebt uns die 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 Heilige Messe zurück.